hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stemmi heute haben wir den zweiten dezember und das zweite türchen vom ravensburger puzzelballkalender heute haben wir auch den ersten advent gestern hatten wir hier schalke drin wir schauen mal was wir heute drin haben wo haben wir türchen nummer zwei die haben wir hier unten wir öffnen es mal und ich bin mal gespannt wer drin ist schauen wir mal und es ist freiburg es ist freiburg und das auf platz nummer 18 so das gleiche spiel wie wie gestern mit dem ball ich werde ein paar teile sammeln und dann kommt wieder ein zeitraffer ich hoffe das ist heute besser schneller zusammen bekomme aber durch das zeitraffer ist es ja nicht so lange so jammer die 1 2 die nummer 3 und die nummer 3 hier ist die nummer 4 so die ersten drei zusammen und jetzt kommt der zeitraffer bis gleich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie gesagt, ich mache noch ein extra Video, wie ich mir die Tabelle vorstelle. Und bis morgen zum dritten Türchen. Ich sehe es auch schon hier oben. Platz Nummer 1. Und da bin ich mal gespannt, welches Bällchen wir da drin haben, von welchem Team. Und bis dann.